es ist leider englisch willkommen zu rome kostenfreies spiel von studenten entwickelt wir schauen uns das ganze was ist das denn hier das irritiert mich gerade sehr also audio masters wir haben hier leider keine untertitel das tut mir dann der schluss schon leid was haben wir denn hier wst shift wir können rennen scheinbar aber eben halt nicht schießen oder so okay okay gut gut starten wir ein neues spiel ja klar fahrstuhlmusik gehört dazu und es wieder so schnell keine mauseinstellung gameplay ich weiß nicht warum die immer so schnell sind die ganzen spiele okay wir sind nach hause gekommen namen kata lichtschalter funktionieren nicht das schade was das hier sind unsere hochzeitsfotos derik hat so super ausgesehen oh ja schuldigung alles gut vielen dank kata beziehungsweise luthander und kata haben wir geändert ich versuche wieder live zu übersetzen so weit wie es mir möglich ist wo ist der derik überhaupt mal erst mal die die vorsicht vor flackern lichtern und so ne wir sind ein vampir wir haben kein warum ist das immer so ist doch schade okay aber wir haben schönes haus ach so apropos wir haben schönes haus die wusste unser derik es regnet draußen war klar was das hier diese pflanze ist tot warte war die nicht gestern noch lebendig das sind sehr verstörende bilder die würde ich natürlich nicht im essen raum speiseraum hier haben wollen ja ja spielungen sind immer anspruchsvoll aber trotzdem es blendet ja einfach aus weißt du weil so eine effekte sind super finde ich jedenfalls und die küche haben wir küche ist das hier ich mache diese verkleinerten modelle derzeitig auf arbeit was macht das hier überhaupt das sollte doch in meinem büro sein wir haben eine situation hier es ist juni oder meine erste liste ich kann nicht glauben dass derik das alles ist hier ich meine ich glaube das ist essen ich habe niemals davon gehört hayleys shopping list wer ist denn hayley eier peamilk erbsenmilch moringa tee gepudertes irgendeine gepuderte pflanze superzucker oat bombs für derik wer ist denn hayley sind wir hayley wer sind wir ja chuck ist tot es ist eine super nice hütte also kann sich sehr gut was das hier ja schokolade warte hat derik die alle aufgegessen konnte nicht auf mich warten danke nonsens es ist ein textbuch aus der architekturschule es wird immer noch heute benutzt und darauf referenziert und nicht springen können wir nicht ich dachte wir konnten springen was ist jetzt offen wo sind die offen ach die hier ja warum ist die offen mach zu das tür mit dem pool ich gehe kaputt ich will das haus haben hallo kisten sieht jemand um prapschnallin ich kann nicht glauben wie groß skaliert ich dieses modell gemacht habe wenn ich das neben einem ja schreibtischschrank oder was sollte nie ins counter also hier so ein desk packen würde ne ne äh ich sollte vielleicht einen neuen machen was ist das hier für ein buch brutalismus ah das ist selber okay aber kann sich sehen lassen ja die hütte also geht es so für den garten finde ich hallo aber jetzt irgendwas übersehen was um lebensmittel zu fern wo was wie wann ach so rote beete pulver war das ach das ist rote beete pulver jetzt habe ich es erst gesehen aber ich will den pool hallo da ist doch was gelaufen da klopft was da hat was da klopft was da klopft doch nicht ist das die musik ich weiß nicht was diese handstatue bedeutet aber ich mag sie ich habe sie so gern gehabt dass ich sie gekauft habe das ist der der ich meine es ist doch schick es ist aber nicht kunst oder Gute Nacht, Lüthander. Was klappert denn immer? Ich kann mal nach oben gucken. Aber die Heizkosten, oder? Oder zu wenig, nachdem er es gekauft hat. Das ist doch creepy. Ach, die Musik kommt hier aus dem Raum. Noch eine Pfanne? Wie viel? Noch eine Sauna? Also, es hat eindeutig zwei Zimmer zu viel. Und zu viele Badezimmer, äh, Schlafzimmer. Hallo? Derek kann manchmal so ein Kind sein. Das ist so süß, wenn er so ein Kind ist. Ach so, von da sind wir gekommen. Na ja, wer weiß. Das ist ein richtig süßes Foto von uns beiden, ne? Ich frage mich, äh, äh, wie oft Derek darauf guckt. Ach, ich glaube, Derek guckt nicht mehr. Das ist so eine omnipräsente Mucke hier. Also, sehr viel Staubwischen. Da ist doch jeden Tag irgendjemand unterwegs, oder? Ich glaube, hier oben ist der Stress. Ob man da oben Musik spielt, oder in Takt klopft. Vor allem diese Glastür, das ist doch schlimm. Lurking Fear. Bei HP Lovecraft. Ich liebe es, wenn schreckliche oder gruselige Dinge passieren. Solange sie auf einer Seite sind. Ja. Hä? Äh. Seriously? Wer rucks a tub? Nein. Nein. Guten Abend, Käpt'n. Derek ist nicht hier. Okay. Abgeschlossen. Derek ist weg. Er ist weg. Und ich bin wieder allein, allein. Wo sind wir denn hier? Okay. Warte mal, diese Umzugskartons. Die waren vorher nicht hier. Was geht vor sich? Abgeschlossen. Die Bilder sind weg. Genau. Jetzt ist das Foto hier. Und eine Kerze daneben. Ei. Okay. Huch. Und guck mal, ein Curved Display. Mann, die haben Asche. Oh, eine Wand. Ich würde mich da verlaufen. This house isn't right. It's my house. But it's not my house. Na, was denn du? Mein Haus oder nicht? My house. In the middle of a street. Da ist dann wieder Wand. Derek? What's going? Ah, okay. Derek, mach die Tür zu. Doch. Scheinbar schon. Ähm. Hallo? Kerzen. Wann dann? Auf jeden... Ach ja, wir können ja hier rüber. Hier sind sehr viele Kerzen auf einmal. Die Stühle stehen auf einmal auf dem Tisch. Hallo? Die schöne Küche. Och, es geht alles zu hier. Wow, 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 wow. Okay, ich... Okay. So, this is a dream, right? I can deal with this. Ich hab das nicht gemacht. Wer hat das gebaut hier? Oh, ist das Glarscheibe. Entschuldigung. Ja, wo ist denn hier mein Waschbecken hin, ne? Warum ist das mit einem Miniaturmodell hier ausgetauscht worden? Vielleicht sind wir auch nur noch ein Miniaturmodell. Warum gibt's so viele Duschen und... Und Saunen und... Huch. Huch. Also in den Bildern hat sich nichts geändert, glaube ich. Jetzt ist das Licht aus. Doch, jetzt ändert sich was hier an dem Gebäude. Warum? Oh, was bist du denn, Dix? Möglicherweise ein Swingerclub, ja. Oder einfach ganz viele Gästezimmer, weil man nie alleine leben möchte. Wer will schon in so einem großen Haus alleine leben, ne? Well, that's... Okay. Oh, was ist das hier? Ich hatte diesen Albtraum als Kind von diesem Bild hier. Wie ist das hier ins Haus gekommen? Jemand hat's reingebracht. Da ist jetzt das Albtraum. Was auch immer das ist. Hallo? Cool, man könnte jetzt zurücklaufen. Oh, Gott! Okay. Hayley, you can do this. It's just like that dream you have, where you're presenting naked in front of the board. Except this isn't a presentation. Because I can do those. This is a weird nightmare version of my house, that I'm trapped in and I don't even have my lucky bracelet. Aber wir sind Hayley. Hi, Hayley. We've got to keep moving. Hm. Hier will ja kein anderer wohnen drin, ne? Du findst dich ja nie. Selbst wenn dir 50 Leute in dem Haus wohnen würden, du würdest dich überhaupt nicht finden. Oh, schon wieder alles zu. Blaupausen. Hm. Okay. Dieses Geräusch, ey. Ich bin wieder in der Küche. Und sie ist wieder nach oben. Ich bin doch gerade erst runtergekommen. Oh, nee, geht nicht. Ah. Toll. Ach, hier. Mit dem Termin, ja. Äh. Easy, right? Na klar, es ist einfach. Wir kennen doch unser Haus hier. Oh, satanistische Rituale oder was? Was ist das hier? Das sieht ominös aus. Das sieht ominös aus. Ich packe das wieder zurück. Was macht der hier? Heilige Messen oder was? Ich meine, der Raum sieht schon irgendwie cool aus, ja. Aber die haben so viele von diesen Räumen, die so cool aussehen. Ich drehe ja schon hier, so. Warum nicht? Es ist nicht wie nichts anderes in diesem Haus hat so weit Sinn gemacht. Ach, da ist die Sicherung kaputt gegangen. Schade. Hallo? Ich musste erst mal in mein Arbeitszimmer 25 Kilometer anfahren. Muss ich mal abrechnen. Frankenstein von Mary Shelley, ne? Wenigstens renne ich nicht da weg hier, ne? Hm. Du musst da vorher fast duschen und frühstücken. Ja, ja. Wenn das ein Traum ist, sollte ich es einfach stoppen können. Warum kann ich es nicht stoppen? Oh. Elevator? Oh. Bum, 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 bum. Ah, wusste ich es doch. Through the Looking Glass. Das ist doch Alice im Wunderland, oder? Wir sind tot. Wir sind tot. Ja, kenne ich auch. Da kommt bei System Shock das richtig neue Überarbeitete, ne? Ah, das ist dieses Funklöcher, ne? Ah, neuer Fahrstuhl. Bum, 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 bum. Bum. Dritter Stock. Küche. Oh. Ich hasse das, wenn es passiert immer. Ach, auch noch zu. Da mit Abteilung waren wir. Das ist jetzt die Küchenutensilien, ne? Und so weiter. Oh, wir könnten jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, okay. Oh. 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 Wenn ich die Tür zumache und dann wieder hier zurücklaufe. Oh. Das ist ein Fahrstuhl. Definitiv. Okay, das ist typisch. Genau so denken Ihnen Architektinnen. Ne? Und nochmal. Nächste Abteilung. Herrenabteilung. Herrensocken. Herrenunterwäsche. Und Hüte. Ich will zurück zur Damenabteilung. Autsch. Was denn? Das sieht aus wie eine Straßenlaterne oder sowas hier gerade. Und ich glaube, die Tür soll uns an irgendwas erinnern. Was? 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 Was ist denn... und ich mache umständlich Farben in den Eimer und versuche die Bände zu malern ich glaube warum mich? was ich mache? warum ist das passiert? ich will nur nach Hause Derek hat das gemacht wo ist er? ich muss ihn finden ich glaube Derek ist an allen schuld wenn man Derek rückwärts ausspricht dann ist es ja Kirit ok das wird ein bisschen seltsam hier da wollte ich eigentlich gar nicht hin aber ist gut Farbe ist ja relativ Farbe kann man ja variieren der er kann ja nicht alleine leben der findet ja nie wieder nach Hause der findet ja nie wieder nach Hause Derek noch lebe ich Derek hat mir nicht erzählt was unten im Keller los ist aber das sieht cool aus hat Derek super gemacht ok da komme ich nicht durch Derek muss den Klempner kommen lassen oh dieser Effekt woher bin ich? 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 was ist das hier für Loch? wiii aua das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen ähm an Cyberpunk ans Finale als wir uns entscheiden durften Johnny nicht Johnny wir hast du nicht gesehen so ein bisschen also ohne die Special Effects ne also die Licht Special Effects die gehen nicht auf die Knie die gehen nicht auf die Knie wir haben äh wir haben keine Knie deswegen gehen sie nicht auf die Knie ich glaube das hat auch was damit zu tun dass das Albträume von MathematikerInnen sind das ist ihre persönliche Hölle ist das sie wird immer gefangen sein in ihren Konstruktionen weißt du sie hat extra alles Erdenkliche getan um das Bestmögliche für ihre Klienten rauszuholen dabei war es die Hölle für die Klienten und deswegen muss sie leiden wahrscheinlich toll Dead End so what am I just supposed to wander forever so what am I just supposed to wander forever isn't there a point to any of this isn't there a point to any of this wah aber jetzt sieht schon kultig aus ja aber hier guck mal so so hier ist besser ach guck mal wir sind an der Eingangstür wir kommen nach Hause Schatz sorry I'm late wait now I know what happened I know where I am ich starb in einem Crash von einem Fahrstuhl ich starb in einem Fahrstuhlcrash und Derek musste ohne mich leben ich vermisse ihn das ist der Fahrstuhl ihr habt nicht nur vergessen ihr habt euch verloren hier neben diesem riesen Haus ich mochte es Häuser zu designen es fühlte sich bedeutungsvoll an einfach etwas was so groß war zu bauen und zwar auch noch was ich designt habe abgeschlossen die Küche ist ein Traum die Küche ist ein Traum wir waren beide falsch beide waren sie falsch ja aber nicht die Ikea Angestellten sondern die Designer von Ikea nicht die Angestellten die können nichts dafür boah jetzt hat hier kommt aber grad die Performance Schraube richtig zur Geltung huch oh ein Modell vom Haus das Haus zu bauen mit Derek zusammen das war besonders es war perfekt ja sie liegt im Koma pass auf ich denke okay Hayley einfach wie eine Präsentation wir können was weiterkommt beantworten ich dachte wir sind im Koma Home oder Home oder war schön war jetzt nicht Horror in dem aber war gut gemacht war gut gemacht war wirklich gut gemacht Performance hätte man noch ein bisschen überarbeiten können aber es war an einem Fluss aus aber ich weiß nicht warum es den Geist jetzt da hingezogen hat oder ist es das der Himmel selber aber ohne Derek ist es doch kein Himmel oder dann ist es doch die Hölle weil es ist ja was besonderes oder ist vielleicht die Architektur wichtiger gewesen als Derek wir wissen das nicht woran hat es gelegen was wie schnell ich geschaltet habe von was denn was habe ich denn geschaltet holt mich mal bitte ab gerade ich weiß es gerade nicht Wolf oder war das jetzt nicht für mich Penny Jars Studios 2019 danke fürs spielen danke fürs Spiel ach hier kann man Level selecten ah ok gut 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 beim Pfarrstühlen Ocean House Hotel was habe ich denn da geschaltet was habe ich denn da gemacht ich weiß dass ich was gemacht habe aber was habe ich denn gemacht ich habe keine Ahnung mehr das Schlimme ist man spielt so viele Sachen auf dem Abend und man vergisst viele Dinge es war zwar ein cooles Level aber man spielt echt viel zu viel und deswegen vergisst man einfach viel zu viel hier ist wieder der Effekt vom Maler ne ach so dass ich ausweichen musste oder sowas ne mit dem Fahrstuhl als der runtergekracht ist irgendwas war genau ja schönes Spiel also mir hat es gefallen war jetzt nicht so übermäßig schaurig aber schon genau 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 war ein schönes Spiel achso das sind die normalen Credits hier die wollte ich jetzt nicht zeigen ja ich würde mal sagen wenn ich auf die Uhrzeit gucke kann man eigentlich langsam in den Feierabend dann reinziehen können wir langsam in den Feierabend gehen denn morgen ist Montag Montag ist leider wieder also was heißt leider ich freue mich arbeiten hier zu dürfen aber im Teil ich freue mich auch mal ein Stündchen oder zwei Stündchen länger zu schlafen nicht lange schlafen aber wenigstens nicht zwingen kurz nach Füber aufzustehen da freue ich mich eigentlich nicht so richtig drüber Home Aas ne das ist das mit dem Spielzeug eigentlich ja vielen Dank fürs Zusehen wir sehen uns morgen wieder irgendeines von den laufenden Spielen wäre wir morgen spielen das heißt entweder Vampire oder A Plague Tale ich bin mir noch nicht sicher die laufen jedenfalls so jetzt den nächsten Tagen aus Mittwoch ist glaube ich wenn ich es im Hinterkopf habe ja dann Ragnarok Zeit und dann kommen ja noch ein zwei Spiele ich weiß nicht wann ich das alles spielen soll vielen Dank fürs Zusehen wir sehen uns wie gesagt morgen wieder würde mich freuen und bis dahin oh ich muss erstmal hier die Trasten drücken bis dahin bis dann und tschüss